Yo, servus Leute, der Commander ist in Weihnachtsstimmung und deswegen habe ich euch ein paar schöne Skins für den Giveaway besorgt. Und zwar eine M4A4A Simoff in Paddy Scare, eine Conspiracy Statrack Factory New, glaube ich auch der teuerste Skin, wird natürlich aber auch am schwierigsten sein, den zu bekommen. Eine M4A1 Baselist Statrack Minimeware, ABP Pink Diddy Pet Minimeware, USB Orion Minimeware, Blood in the Water Minimeware, Blockwater Elemente Minimeware und eine AK Jaguar in Field Tested. Ihr könnt mitmachen, ihr müsst einfach nur einen Kommentar schreiben mit einem von diesen Skins, den ihr gerne haben möchtet. Dann mache ich euch in die Lostrommel und werde das über random.org auslosen. Also, schöne Weihnachten und macht's gut.